Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12725 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist wichtig, genau die passende Farbe zu finden. Deshalb verwende ich diese Farbkarten. Es ist wichtig, genau die passende Farbe zu finden. Deshalb verwende ich diese Farbkarten. Sei nicht enttäuscht, wenn du nicht gleich einen Bestseller schreibst. Sei nicht enttäuscht, wenn du nicht gleich einen Bestseller schreibst. Kannst du mir bei der Wortwahl für meinen Aufsatz helfen? Kannst du mir bei der Wortwahl für meinen Aufsatz helfen? Kannst du mir bei der Wortwahl für meinen Aufsatz helfen? Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad ins Büro und kann es hier auch sicher abstellen. Das wird mir zu viel. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das wird mir zu viel. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Autoren können Texte für verschiedene Zwecke schreiben, beispielsweise Werbung. Autoren können Texte für verschiedene Zwecke schreiben, beispielsweise Werbung. Autoren können Texte für verschiedene Zwecke schreiben, beispielsweise Werbung. In der Verhandlung streben beide Parteien eine faire Lösung an. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.